Um ein verstopftes Spülbecken freizumachen, kannst du es mit kochendem Wasser versuchen. Bringe einfach Wasser in einem Topf zum Kochen und gieße es anschließend vorsichtig in den Abfluss. Die Hitze des Wassers sollte die Verstopfung lösen. Wenn das nicht hilft, probiere es mit Natron und Essig. Gib zunächst 180 Gramm Natron in den Abfluss und gieße dann 250 Milliliter Essig hinterher. Lass das Ganze für 15 Minuten vor sich hin sprudeln, um anschließend heißes Wasser laufen zu lassen, das den Abfluss durchspülen soll. Du kannst es auch mit einem einfachen Saugstampfer versuchen, um den Abfluss frei zu machen. Platziere den Gummiaufsatz auf dem Abfluss, sodass es ringsherum dicht ist und pumpe damit auf und ab, bis der Druck die Verstopfung löst und das Wasser ablaufen kann. Hast du keinen Saugstampfer, kannst du auch einen Drahtbügel verwenden. Biege ihn dir hierfür so zurecht, dass ein Haken entsteht, mit dem du arbeiten kannst. Führe diesen so weit wie möglich in den Abfluss ein, rüttle ihn dann auf und ab und drehe ihn, um die Verstopfung zu lösen. Wenn gar nichts funktioniert, brauchst du möglicherweise eine Abflussspirale, mit der du weiter vordringen kannst. Sollte dein Spülbecken über einen Müllzerkleinerer verfügen, schalte diesen an. Möglicherweise löst sich so die Verstopfung. Wenn alle Versuche fehlschlagen, ist es Zeit, den Klempner zu rufen.